ein erfahrener schweißer hat mir das ganz am anfang mal erklärt und gezeigt das will ich euch nicht vorenthalten nutze ich seit jahren musste für dich ausprobieren jeder von euch war schon mal in der situation er ist unter dem auto ist irgendwo auf einer leite oder sonst irgendwo und der draht guckt so weit raus so das problem kennen wir alle wenn der draht so weit rausschaut wie willst du denn starten welche möglichkeiten hast du jetzt kommt der knackpunkt die erste frage warum schaut er so weit raus wir haben die masse vergessen und er ist rausgelaufen oder wir haben den brenner irgendwo hingelegt der taster wurde gedrückt war keine masse und ist auch rausgelaufen wir greifen nach den brenner sind oben oder unter dem auto halten etwas fest und wollen jetzt anfangen zu schweißen sieht nicht so gut aus sieht auch da nicht so toll aus was kannst du machen wenn du nicht die möglichkeit hast an dein schweißgerät zu gehen weil wenn ich jetzt in der nähe von einem schweißgerät wäre würde ich das aufmachen die rollen lösen und den draht zurückziehen kann ich ja machen das wäre natürlich schön wenn ich in der nähe wäre oder wenn meine hände frei wären aber manchmal bist du gerade am bauen und du hältst etwas fest und da muss jetzt der punkt sitzen und du kannst dich aus der situation nicht lösen du kannst du nicht mal diese hand lösen so und die schweißzange ist auch nicht gerade in einer tasche die schweißzange hast du hinten bei dem kaffeeautomaten gelassen weil du dir vorhin kaffee geholt hast welche optionen hast du du kannst jetzt natürlich zünden und den brenner nach vorne schieben bist du irgendwann da die länger hast die du brauchst aber dann hast du halt dieses hässliche gewirr so und jetzt kommt der tipp von dem erfahrenen hasen ist nämlich ganz easy du gehst hin und knickst den draht um ist jetzt viel zu lang jetzt ist er nicht lang klar guckte hier komisch raus aber das tut dem prozess gar nicht denn du hast hier neuen staaten neuen sauberen staaten und dann das ganze weiter schweißen und das was da abspringt dieses kleine stück das kannst du mit zwei fingern einfach lösen super easy das ist aber bei weitem noch nicht alles wie gesagt das ist natürlich eine lösung wenn du kein seiten schneider nicht zum abschneiden der nähe hast du kannst aber auch solche dinge tun wie das ganze wenn du keine hand frei hast am bauteil am auto am boden irgendwie einfach umknicken dass du sauber starten kannst du kannst natürlich auch hingehen das habe ich auch schon gemacht wenn das bauteil oder die situation ist hergibt kannst du natürlich auch hingehen und irgendwo wo man das jetzt nicht sofort sehen kann einfach mal kurz zünden ja aber das heißt der draht ist irgendwo schon drin dann zündest du auch an der stelle ab und dann kannst du dann weiter schweißen natürlich wenn wir die zange oder das schweißgerät nicht in der nähe haben und noch ein ganz wichtiger punkt der dazu führen kann dass du am anfang richtig weit der draht raus dass ohne dass der prozess gestartet ist der erste punkt ist ganz klar du hast vergessen die masse anzubringen kennen wir jeder ist jedem schon passiert der zweite punkt ist manchmal wenn wir mit strom arbeiten und die spannung ist sagen wir mal zu hoch oder zu gering hast du hier eine richtig große kalotte eine kugel am ende und was du nicht sehen kannst am ende dieser kugel bilden sich silikate das ist auch manchmal in der schweißnaht so glänzende glasartige dinge und die können sich an der kugel an der spitze ablegen und dann hast du wenn du zündest nicht immer kontakt oder sehr schlechten kontakt und dann kannst du das natürlich auch tun und das ganze umknicken wenn wie gesagt die schweißzange oder sonstige hilfsmittel nicht in der nähe sind jeder kennt das du liegst unter dem auto und fängst an zu suchen ja wo war denn das nochmal das finde ich ist ein super super hilfreicher tipp den man so über die jahre sich aneignet und solche dinge am ende vermeidet so klein aber fein kann uns dieser tipp weiter bringen hast du das schon mal angewendet oder machst du es ganz anders schreiben wir bitte einen kommentar ich würde mich darüber freuen und antworte die auch darauf mein lieber ich wünsche euch was bis dahin ja 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 ja